Der Mauerfall, das war von Donnerstag auf Freitag in der Nacht des, weiß jeder, 9. auf 10. November 89. Ich war am Donnerstag in Brüssel, habe da gearbeitet an der FFH-Richtlinie. Wir haben auch lange abends noch zusammengesessen. Ich habe nichts von mitgekriegt. Am anderen Morgen wollte ich zurück nach Bonn fahren von Brüssel und im Zug hörte ich, dass Leute ein Transistorradio angedreht haben und alle haben sich drumherum gestellt und haben zugehört, was jetzt in Berlin gerade passierte. Das heißt, da bekam ich mit, was in der Nacht passiert war und war im höchsten Maße aufgeregt. Am selben Tag wollten wir noch nach Bad Vilbel fahren, wo meine Mutter ihr 80-jährigen Geburtstag feierte. Und ich habe meine Familie eingeladen, wir sind da hingefahren. Wir fanden meine Schwestern aufgelöst vor Tränen, vor Begeisterung, vom Fernseher sitzen, weil dann in den Abendnachrichten im Detail dargestellt wurde, was alles in der Nacht zuvor passiert war. Ich habe dann eigentlich meine Arbeit weitergemacht. Ich musste wieder nach Brüssel. Es gab jetzt noch ein bisschen was zusätzlich zu tun, nämlich ein paar Themen, die jetzt mit den Kollegen in der noch existierenden DDR zu besprechen waren. Und das war nicht sehr wenig. Und ich bin ja dann relativ bald selbst in die damals noch existierende DDR rübergewechselt, weil ich mich bereit erklärt habe, ein paar Aufgaben zu übernehmen in der Vorbereitung des zukünftigen Umweltministeriums in Brandenburg. Danke. Vielen Dank.